Jetzt muss ich euch kurz was zeigen. Bei meinem allerletzten Ligaspiel, das ich nur spielen konnte, habe ich ja zwei Robin Hoods gemacht. Und zwar einmal, da ging der Flight noch, dann allerdings nochmal und ja, dann hielt er nicht mehr. Ich habe meine Zange nicht gefunden. Dann bin ich schnell ins Lager und habe eine neue Packung Schäfte geholt und habe den einen Schaft umgewechselt. Jetzt war ich die Cameo Wallets am Testen und da fiel mir auf, nee nicht mir, sondern ein Kumpel von mir, der sagte, hey deine Darts sind unterschiedlich lang. Ich so, hä? Schaust du so? Und dann so, verreckt, tatsächlich. Schaust du so die Ersatzschäfte, die du aufgemacht hast? Denkst du dir so? Genau, denkst du dir so, hm, okay. Hast halt einfach mal Short statt Medium reingeschraubt. Beziehungsweise Midi, Short, Midi und Medium wäre das längste, ne? Ja, und dann habe ich es halt nicht geschafft. Alles ne Wurscht. So, jetzt machen wir das Ding aus. Und dann, äh, genau. Was wollte ich damit sagen, weiß ich nicht mehr. Tschüss. Schritt dah Ahaa postك. Schritt dahsch.